Gehst du Biret kaufen und grünen Salat? Ja, binzelsalat. Wo binzelsalat? Den, du auszupfen. Geh bitte oder geh eigentlich, schnell kaufen. Gibt's keinen grünen Salat? Gibt's keinen? Nein. Oh, der geht kaum. Und bei Ihnen haben wir nicht drin, gell? Wer schiebt ihn her? Wer schiebt ihn her, ja. So, meine Ehren. Mekan braucht er aus dem Hätzchen. Auf hemm. Mhm. Wo ist die Hände, gell?